Hallo, ich bin Roland von Fitness & Finance. Heute möchte ich dir eine Frage stellen. Wusstest du, dass dir jedes Jahr Geld vom Start zusteht, das du gegebenenfalls liegen lässt und das gar nicht so unerheblich vom Betrag her ist? Stell dir vor, du sparst einen gewissen Prozentsatz deines Gehaltes und du bekommst dafür vom Start wahres Geld mit einer Rendite von 30% oder mehr. Wäre das interessant für dich? Wenn ja, dann melde dich doch einfach mal bei mir. Meine Kontaktdaten findest du am Ende dieses Videos oder auf meiner Homepage. Alles Gute!